Das ging ja mal schneller als erwartet. Der Gerichtsstreit zwischen Qatar Airways und Airbus in Bezug auf die A321 Neos ist wohl zu Ungunsten von Qatar ausgegangen. Lufthansa, da haben wir heute einen Business Class Deal für euch nach Afrika und des Weiteren, es gibt eine Möglichkeit mit dem Porsche zum Flieger gebracht zu werden und es ist nicht der First Class. Mein Name ist Lars Korsen, ich bin hier um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge Abonnierbefehl wie immer, Glocke an, Glocke an, ein Like, so ist es richtig ausgesprochen, auseinander und vor allem unten kommentieren. Die Freunde von Airbus sind keine Freunde mehr von Qatar und Freunde von Qatar sind keine Freunde mehr von Airbus, denn man hat sich vor Gericht getroffen. Es geht um einen Etappensieg, Etappensieg wollen wir es mal nennen, denn man hat in London geklagt und, ja, dienstags gab es da eine Überraschung. Heute ist Dienstag, ja, das ist von heute. Und zwar ging es um eine Bestellung von 50 A321 Neos, die die Qatar Airways gemacht hat, schon vor vielen, vielen Jahren sich dazu bekannt hatte. Und man hat jetzt diesen Storno bekommen, weil die Liefersorts ab 2023 von Airbus nicht mehr bedient werden wollten. Warum? Es geht doch eigentlich um A350er, wo es diesen, ich nenne es Dekorschaden, aber ehrlicherweise kann ich das jetzt auch nicht sagen, was da wirklich wahr ist, weil viele Fluggesellschaften, um nicht zu sagen, alle außer Qatar Airways haben mit Airbus da eine Regelung gefunden. Insofern kann es nicht so problematisch sein, hat man halt bei Airbus geklagt. Ja, man hat einfach geklagt, beziehungsweise andersrum. Qatar hat Airbus verklagt, weil man diese A320 Neos haben wollte. Airbus hat aber Qatar verklagt, um die 350er abzunehmen, zwei Stück, die sie nicht bekommen haben. Und weil sie die zwei A350er nicht abgenommen haben und keine Pinke Pinke gegeben haben, ist es so, dass man den Auftrag storniert hat. Und das Gericht hat jetzt gesagt, ja, das ist so, die arabische Fluggesellschaft des Emir von Qatar muss sich die Flugzeuge wohl woanders besorgen, die sie benötigt. Ja, das ist natürlich unappetitlich, unangenehm und doof, aber man war ja auch etwas sportlich unterwegs, muss ich sagen, weil man hat ja bei Airbus einen Vertrag über 50 737 Max unterzeichnet, um einfach mal zu zeigen, hier, wir können das. Und ja, jetzt hat Airbus da in dem Fall die Oberhand. Mal sehen, wie es weitergeht vor Gericht. Und diese Klage, die halt schon im Dezember eingereicht worden ist, finde ich, ist relativ schnell verhandelt worden, weil wir haben jetzt Ende April, Dezember ist keine vier Monate, so ein bisschen mehr über vier Monate rum. Und da wollten wir einfach mal schauen. Und diese sogenannte Cross-Default-Klausel hat wohl auch keiner mit in der Branche gerechnet, dass die von Airbus gezogen wird. Und damit die Order von dem A320 Neo obsolet macht. Ah, man hat ja auch genug Kunden dafür. Und wir alle kennen ja Carsten Spor, wenn es billige Flugzeuge gibt, er schreit Hurra. Ich weiß aber nicht, inwieweit der 321er Neo für die Lufthansa preiswert, günstig oder billig zu schießen ist. Man hat selber welche bestellt, aber auf der anderen Seite gibt es genug Kunden, die die auch haben wollen. Eher bei den 350er sehe ich Probleme. Und natürlich, Cutter gehört bei Airbus zu den wichtigeren Kunden. Und man hat ja bereits 53 A350 in der Flotte. Man hatte 23 Stück noch weiter bestellt. 23 ist auch, glaube ich, die Zahl, die am Boden steht. Also insofern müssen wir einfach mal schauen, was da weiter passiert. Aber das Tischtuch, wie ich es schon mal genannt hatte, ist wohl zerschnitten. Und dieses Verbot der Lieferslots an andere zu vergeben, ist also aufgehoben. Wird spannend, wie es weitergeht. Vielleicht einigen die sich noch. Oder aber Cutter wird ein reiner Boeing-Kunde, was vorhin natürlich freuen würde. Eure Meinung, eure Kommentare und vor allem eure warmen Worte für den Golf. Ob ihr sagt, verpuckert. Oder ihr sagt, Airbus, bist du bekloppt? So viele Flugzeuge, wie der Kunde gekauft hätte, das ist dümmlich. Aber der Schwabe sagt ja auch, es gibt gutes Geschäft und schlechtes Geschäft. Und Airbus hat wahrscheinlich gesagt, das ist jetzt schlechtes Geschäft. Schlechtes Geschäft für uns als Passagiere sind ja auch solche Firmen wie Swissport und AHS. Ja, AHS ist mir in Erinnerung geblieben. Gerade in Hamburg. Warum in Hamburg? Weil in Hamburg wird AHS, ja, die sind da zuständig, dass das Gepäck von der Lufthansa zum Beispiel kommt. Und als mein Gepäck nicht gekommen ist, hat man da so ein bisschen langsam gearbeitet bei der HHS. Ob das jetzt daran liegt, dass man eine dünge Personaldecke hat und es war vor Covid. Oder einfach an anderen Themen. Aber der Koffer war da und ich habe ihn dann am Ende selber abgeholt. Ich finde das eigentlich nicht gut, wenn Fluggesellschaften das Ganze outsourcen. Aber die Swissport ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Hatte ich euch ja schon mal gesagt. AHS ist jetzt auch Opfer eines Hackerangriffs geworden. Man hat interne Systeme, Dokumente, Daten, die da sind. Die sind alle kontaminiert und wirklich nicht mehr genutzbar. Warum entzieht sich mir, was die Daten da problematisch machen könnte. Aber es handelt sich um eine Verpressung. So meint man. Und man hat den Vorfall, der in der Nacht auf den 17. April passiert ist, dass man Opfer eines Cyberangriffs geworden ist, bestätigt. Und betroffen sind vor allem die IT-Systeme der Verwaltung. Aber es gab keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb oder Passagierabfertigung. Das ist übrigens auch das, was sie machen. Nicht nur Koffer, sondern auch Check-in für euch und so weiter. Und man hat dann über sichere oder alternative Systeme abgewickelt. Und die Personalplanung geht jetzt manuell. Ja, hört, hört. Das ist wie bei British Airways. Da ging die IT auch nicht. Da wurde auch manuell was gemacht. Aber man muss halt einfach gucken, was da für Daten abgeflossen sind. Aber sie behaupten, dass die 130 Fluggesellschaften, die zu den Kunden an den Standorten Hamburg, Bremen, Hannover, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, München, Läpzisch oder Dresden gehören, da informiert worden sind. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit da persönliche Daten abfließen können. Aber es ist halt interessant, dass solche Firmen halt Opfer werden. Porsche Transfer ist ja das, was einen Horn Circle immer wieder erfreut. Wenn wir zum Flieger gebracht werden mit dem Porsche, mit dem VW, Bulli oder was auch immer, dann ist das natürlich richtig tiptop. Und wer es normal als Kunde haben will, muss bei der Lufthansa First Class fliegen und zwar international. Und da gibt es das bei wenigen Fluggesellschaften. Die Lufthansa als eine der wenigen oder aber auch Air France macht so etwas. Dann, wen habe ich noch gesehen? Ich glaube, Delta macht das auch übrigens, ganz genau. Und die Passagiere, die halt so einen VIP-Service dann nutzen können, können sich den natürlich für mehrere hundert Euro dazu buchen. Aber bei Air Canada gibt es den, Air Canada gibt es den ab sofort auch für internationale Business Class Passagiere, ganz genau. An meinem ehemaligen Heimatflughafen Toronto Pearson Airport und auch bald in Vancouver soll es diesen Service dann auch geben. Air Canada hat dann eine Flotte von Porsche Taycan, Panamera, aber auch Cayenne. Und die sollen alle elektrisch sein oder einige in Ausnahme Hybrid. Taycan gibt es denn überhaupt in Hybrid? Ich glaube, den gibt es ja nur in elektrisch. Ja, auf jeden Fall soll dieser Service von Air Canada nicht allen Passagieren zur Verfügung gestellt werden, sondern man möchte das einfach so als Benefit geben, so als Überraschung, als Surprise, je nach Verfügbarkeit, kurze Anschlüsse und es gibt da auch keine klaren Regeln. Es soll einfach eine Überraschung sein, so wie Delta zum Beispiel auch Kunden überraschenderweise mit einem Private Jet irgendwo hinfliegt. Es soll einfach das Reiseerlebnis verbessern und man darf aber, davon ist wirklich auszugehen, davon, also es müsste ein vollbezahltes Business Class Ticket sein, denke ich mal, um den Porsche Transfer zu bekommen. Oder natürlich, man hat einen sehr, sehr hohen Status bei Air Canada im Programm. Ja, Delta hat das ja, wie ich eben gesagt habe, auch gemacht für die Top-Flieger. Diese Signature Suite Lounges sind von Air Canada ja auch gemacht worden, um halt den Service nochmal zu verbessern. Und diese Lounge ist aber für jeden, der mit einem bezahlten Ticket oder mit einem Meilenticket unterwegs ist. Man kann natürlich auch mit einem Starlines-Flug sich reinbuchen, also mit Meilen. Aber wenn man ein Ticket für eine andere Starlines-Fluggesellschaft hat, dann kommt man nicht rein, weil es keine Stargold-Lounge ist. Also insofern, die sind wieder da. Auch Vancouver hüpft da jetzt etwas hinterher. Was das Spöne an diesen Signature Lounges ist, und das fand ich toll in Toronto, man konnte a la carte essen im Prinzip. Und es war also sehr, sehr lecker. Es gab Leckerlichkeiten, um es sozusagen, wäre was für Mario. Ja, im Mai gibt es wieder den Kontext, den Wettkampf, wer hat den größten Flugpassagier, wie heißt das jetzt genau, um das Wort zu sagen, wer hat die meisten Flughäfen, die man von seinem Flughafen anfliegt. So ist es richtig. Und da ist ein Flughafen, der einen sehr, sehr stark überrascht. Also ich hatte ihn zwar auf der Agenda, dass die viel haben, aber dass die die meisten haben weltweit im Mai, das ist spannend. Der IATA-Code ist IST oder aber der Ikea-Code ist LTFM. Liegt in der Türkei, ihr wisst, welcher es ist. Der CEO, der Katri Samsunulu, hat in 2021 37,1 Millionen Passagiere abgefertigt in seinem Flughafen, hat mehrere Runways, die 16L-34R mit 3.750 Metern, 16R-34R mit 3.750 Metern, also beide gleich. Die 17L-35R, 4.100 Meter, sogar noch länger. Oder die 17R mit 35L, die hat auch nochmal 4.100 Meter. Oder die 1836er, davon gibt es nur eine in der Richtung, dann gibt es kein L oder R. Und die hat 3.060 Meter. Ja, der Flughafen, um euch die Zeit direkt zu nennen, hat 277 Destinationen für Passagiere im Mai. Und zwar inkludiert das alle non-stop und alle mit einem Stop und auch international. Natürlich, Domestik ist da führend, natürlich türkische Airlines. Es kommen natürlich andere Flughäfen sehr, sehr nah. Frankfurt 275, Amsterdam 260, Paris-Scheidegul 248, Dallas hat 242. Und der Flughafen ist natürlich auf der europäischen Seite. Wir haben das ja auch gesehen, dass dieser Flughafen in Windeseile gebaut worden ist, mehr oder weniger, wenn man sich das anguckt. Aber die Destinationen sind nach Europa, dann in Kaukasus 97, Domestik, also innertürkisch 45, Afrika 45. Asia ohne den Mitteln Osten haben 42, Mittlerosten hat 25, Nordamerika inklusive Mexiko 17. Natürlich ist da im Mai erst ab 27. die Verbindung Seattle drin, also die gibt es erst dann. Dann nach Südamerika, Zentralamerika, aber auch in die Karibik 6. Und da muss man natürlich nicht lange rechnen, da wird fast jeder Flughafen in Europa angeflogen. Ich finde das spannend, also ich finde das interessant, dass man da, obwohl man jetzt natürlich aufgrund der Covid-Sache da so etwas auf der Spaßbremse dreht, so stark da wieder ist. Also insofern schauen wir uns das Ganze einfach mal an und man kann einfach mal gucken, wenn man die Sitze, also das heißt die Passagiersitze nimmt als Zahl, da wäre dann natürlich der Flughafen Izmir der größte, also an der Passagieranzahl, die da hinfliegen. Und dann wäre es Antalya, Ankara, Teran, Adana, London, Kayseri, Trabzon, Bodrum und Gaziantep. Daran seht ihr, was da los ist und wie stark der türkische Markt ist. Man hat das nicht immer auf Kette, es sind ja auch Riesendestinationen in der Türkei, also auch Längen. Man unterschätzt das auf der Karte. Wie ist es bei euch? Wann seid ihr das letzte Mal über Istanbul geflogen? Wie war euer Erlebnis in Istanbul? Und vor allem hättet ihr gedacht, dass das der Flughafen ist, der die meisten Verbindungen für Passagiere weltweit im Mai bringt? Ich nicht. Kommentiert unten. Und wir haben jetzt wieder natürlich unseren Ticket-Deal des Tages. Ich habe mal wieder was Schönes für euch ausgesucht und ich nenne das ja auch Ticket-Deal des Tages. Da haben wir die Lufthansa Group. Warum Lufthansa Group? Ja, weil das ganz einfach so ist, dass die Lufthansa Group natürlich nicht nur aus der Lufthansa Austrian Swiss und so weiter besteht, sondern auch aus der Brussels. Ganz genau. Die Brussels fliegt nach Afrika, hat P-Tarife aufgelegt. Von Wien aus über Brüssel nach Dakar zum Beispiel. 1.300 Euro. Dann 1.350 Euro Nairobi, auch als alles Hin- und Zurück-Ticket. Selber Preis nach NTB. Und natürlich auch noch mal als Ziele zu finden. Also Afrika, es gibt auch andere Ziele, können wir mal gucken. Also insofern, ich finde das spannend, Business Class von der Brussels ist nicht verkehrt. Die ist die Business Class im Prinzip so wie es bei der Swiss ist, nur in einer etwas anderen Farbstellung. Was gibt es noch zu sagen zu dem Deal? P-P gibt nur 100 Prozent, also aber trotzdem Hon-Meilen und doppelte Meilen noch, wenn ihr bis Ende Juno bucht. Vielleicht wird die Aktion verlängert. Ich weiß es nicht. Bleibt spannend. Übrigens eine Frage für euch. Vielleicht ist der Deal für euch spannend und sollte die Aktion von Lufthansa verlängert werden bis zum 31.12.2022 mit den doppelten Meilen für Hon und Sen. Einer hat ja mal gesagt, wer den Status jetzt nicht erfliegt, der braucht ihn nicht. Ich sage auch nicht, wer es war. Dann haben wir ja auch viele, die bei Airbnb was machen. Das heißt also, dass man da ganze Apartments und so weiter mieten kann. Aber es gibt einen Gutschein, den man erkaufen kann und zwar bei Netto. Und den muss man physisch in den Läden von Netto kaufen bis Ende April. Also das heißt, ihr müsst euch ein bisschen sputen. Wir haben heute den 26. Also noch ein bisschen Zeit. Aber am Samstag wäre dann der letzte Tag. Und da gibt es einen Gutschein. Und zwar sind das diese Gutscheinkarten mit 15 Prozent Rabatt. Würde also heißen, wer 250 Euro Gutschein kauft, bezahlt nur 2.000, genau 2.000 ist geil, 2.000 Euro 50. Also, mehrfach machen. Ich weiß nicht. Ich bin kein persönlicher Airbnb-Fan. Aber auch hier von euch nochmal kurz das Feedback. Seid ihr Airbnb-Fan oder sagt ihr lieber, ich gehe ins Hotel, da weiß ich, was ich habe. Ich persönlich gehe lieber ins Hotel, weil ich der Meinung bin, da weiß ich, was ich zu erwarten habe, weil es Standards gibt. Auch hier wieder Standard. Bei uns ist natürlich der Abonnierbefehl. Glocke anmachen. Abonnieren vorher natürlich. Kommentieren. Deshalb hatte ich die Hände schon in der Luft. Und natürlich uns ein Like da lassen. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveller TV Takeoff. Und bis morgen oder vielleicht bis Donnerstag am Stammtisch. Schreibt da unten auch noch in den Kommentaren, dass ihr zum Stammtisch kommt. Wir sind zweistellig. Also, es wird Berlin. Übrigens Stammtisch Berlin. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.